Hallo Leute zu einer neuen Folge, und zwar Marvel Avengers, mit dabei ist wieder Papa. Hallöchen alle zusammen, ich hoffe es geht allen gut. Von mir auch. Ja, ich hoffe ihr seid noch alle gesund. Das hoffe ich auch. Ich hoffe ihr habt Spaß beim Zugucken. Das hoffe ich auch. Ja. Wir werden jetzt, also ich spiele gerade, wir werden jetzt mal Touchpad gucken, um weiter zu machen, oder Papa? Ganz genau, Toni müssen wir für einen junger Iron Man. Ja. Äh, was ist das? Äh. Missionen können über den Einsatztisch, über den Einsatzzielebildschirm verfolgt werden. Mit Touchpad das Charaktermenü öffnen, dann mit L1 die Einsatzziele betrachten. Markiere eine Mission oder Missionsreihe mit X, um sie zu verfolgen. Verfolgte Missionen werden auf dem Einsatztisch und in Menüs mit einem grünen Navigationsnadel Symbol markiert. Bis zu 5 Missionen können gleichzeitig verfolgt werden. Wähle eine Mission und drücke X, um sie zu verfolgen. Okay. Wir sind jetzt, ah, jetzt können wir eine Mission verfolgen. Ja, wollen wir welche verfolgen wir aus? Äh. Missionen mit Hulk hält wird automatisch zugewiesen, aber kann geändert werden. Was, 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 was müssen wir machen? Ja. Drücke X, um die Missionsreihe zu verfolgen. Machen wir bei Kampagne X, oder? Hier? Ja? Ja. Da hab ich's gemacht. So, warte. 5 Stück kannst du machen? Ja. Wir können auch alle machen. Ja, dann mach erstmal alle. Jawohl. So. Haben wir noch bei Sie was bei Ausrüstung? Haben wir noch neue Sachen? Warte, ich glaub, ich setz mal wieder... Oh, was hab ich jetzt nochmal gemacht? Du hast L2 gelückt, dann macht er automatisch das Stärkste. Wollte ich ja mal. Den kannst du boosten. Den letzten kannst du boosten. Achso. Du willst direkt mal boosten, sogar mehrmals. Das voll, den können wir nicht boosten. Voll, auch nicht boosten. Das macht nur Minus. Das macht alles Minus. Papa? Jawohl. Wir haben überall das Beste. Haben wir bei Punkte für Sie was? Ja, guck mal. Es gibt Marvel-Kostüme. Mhm. Aber wir haben noch keins. Dr. Banner. Die Missionsreihe der Unglaubliche Hulk ist verfügbar. Wähle im Einsatz durch die Mission Zustand grün, um die Missionsreihe zu beginnen. Für das Abschließen der Missionsreihe erhältst du exklusive Ausrüstung und das ikonische Outfit von Hulk. Okay. Papa? Ja. Papa, oder machen wir so. Wir machen immer Abwechslung mit die Events. Also wir haben jetzt halt gewartet und jetzt machen wir Mission mit Miss Marvel. Für mich ist das egal. Für mich auch. Kirch geht jetzt hier ran. Und unser Einsatztisch. Haben wir überhaupt schon Missions? Also zwei Missionsreihe. Wir haben, ura, drei Missionen. Aber, ne? So, hier ist... Was ist das? Unheil Balance. Ein großes, großes Stück Wüste, in dem es von einem Wimmel und wo der Ameisenhügel liegt. Das Hauptquartier des... Der... Ähm... Resistanz. Was ist oben? Helicarrier. Aber lese bitte vor. Achso, hier kannst du mich... Links. Das Zentrum beim Wiederaufbau der... Oder was ist denn jetzt? Oder was ist denn passiert? Ist weggegangen. Da. Wiederaufbau der Avengers. Der Helicarrier kann uneingeschränkt reisen und dient als Anlaufstelle zwischen Missionen sowie für Upgrades der Feuerkraft. Was gibt's noch? Und dann gibt's noch Missionen. Ein großes Waldgebiet im pazifischen Nordwesten, neben einem Datenarchiv von Stark Industries befindet sich hier mehrere Shield-Einrichtungen. Ah, das ist Dings. Das ist die Mission von Hulk. Okay. Warte, haben wir noch andere Missionen? Nein, wenn wir... Vier Stück verfolgen wir. Du hast zwei Stück auf dem Helicarrier. Das sind die mit dem Training von Hulk. Ja. Geh mal da hin. Sind nur die drei, die da sind. Ja. Du hast zwei Stück da und unten diese Uta Badlands ist da, wo sich Stark versteckt. Das ist die Hauptmission. Ja. Wollen wir dich erst mal Stark hier retten? Ähm, mit wem wir's haben? Ja, mir ist das egal. Mir auch. Und hau rein. Warte. So. Okay. Weiter geht's. So. So. Mission wählen. Ja, Papa, ne? Ja. Okay. Du willst doch nur, weil Tony wieder ins Team kommt. Ja, will ich. Er ist geil. Äh, so. Papa ist... ...nade, die Teele. Wem wirst du spielen? Sie oder Hulk? Äh, ist mir egal. Beide haben gefühlt, die den Kräfte fasst. Herr Baune? Also, nur halt ein bisschen kräftiger, aber... Papa, guck mal. Äh, müssen wir mal jetzt auch kraftziehen. Wie halt. Papa, es geht weiter. Papa, es geht weiter. Was für eine schicke Zugbrücke! Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Cool. Ich kann nur mit Mario ins Team spielen. Achso, doch. Hallo. Boah. Boah. Ja, ja, Randalerei. Ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Stark die Tür klopfen. Da war links was. Äh, anscheinend ist die Sprechung auf der anderen Seite. Äh, denkst du, du kommst doch nicht weg? Boah, äh, wir können ja auch... ...miss mal wieder attacken oder nicht. Ach! Die Felsen komm ich durch. Ja. Okay. Ich mach die Truhe auf, bitte, was gut tut. Guter Punkt. Oh, neue Splits. Äh, aber das... Gucken wir dann wahrscheinlich wieder nach die Mission, oder? Was denn? Ja, ja. Ja, die neuen Teile. Drücke... Äh, äh... Steuerkreuz um, um Taktikbewusstsein einzusetzen und geschwächte Hindernisse anzuzeigen, die zerstört werden können. Das... Können wir ja schon von den Heiküber... Ah! 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 Ich verstehe, warum dir das gefällt. Kennen wir ja schon von Hulk. Warum nicht? Macht doch Spaß! Ha! Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Äh, wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja, gute Idee. Ah! Wie du willst! Ah, wie das nur aber nicht schlecht ist. Können wir eigentlich direkt abgeben. Okay. Mit Anschuhen. Ja! So, hoch da. So. Mehr Steine? Kein Problem! Ach so, ich muss richtig damit... Und kaputt. Ah! Oh! Oh oh! Oh nein! Oh! Das ist wenig! Also! Hör auf! Ich hab nichts gewählt! Nochmal runter! Ich hab nichts gedrückt! Weiter geht! Ah! Aha! Wo du hinsprichst! Bist du okay? Äh! Alles gut! Ich kann Golden Eggers sehen! Zum Teil! Sehr gut! Und äh... Kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Ja, kann ich nicht. Also, aufspielen. Du schaffst den Sprung! Ist diesmal nur ein bisschen weiter! Ich hab jetzt ohne Armgreifen gemacht! Ich hab jetzt ohne Armgreifen gemacht! Kann ich hier was machen? Kann ich hier noch was machen? Kann ich hier noch was machen? Ich warte noch auf die Brücke, Kamala! Okay, Leute! Ich warte noch auf die Brücke, Kamala! Hey, hallo! Ey, was ist denn das hier? Hm! Oh ja! Die Dino will immer alles zerstören! Die Brücke! Ah, du musst die Dinger kaputt machen! Sie steckt irgendwo fest! Oh! Oh! Klemmt sie? Moment! Ich glaub, ich hab's! Tada! Tada! Hiermit dürft ihr Sir Starks schickes Schloss betreten! Warte! Okay, beruhig dich! Gut gemacht! Von da bist du gekommen! Ist das nicht eins seiner... Äh... Top 5 Hintern-Drehglieder? Doch! Die gute alte Nummer 4! Guck dich mal um deiner Werkstatt, statt einfach durchzulaufen! So! Ich bin hier gedrückt... gedrückt! Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Oh, würd ich auch gern! Copy ist nicht mehr! Nee! Hm... no! Meinst du er ist hier schon? Aber das geht! Aber was? Meinst du er ist schon hier hinter? Wer? Tony hinter der Tür! Weiß ich nicht! Ich bin gespannt! Bitte! Tony! Tony! Und hallo! Golden Acres! Oh! Wo wohnen wir? Ja! Das kann es nicht sein! Das kann es nicht sein! Bringen wir's hinter uns! Also, Tony Stark! Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so! Tony? Hey Bruce! Oh! 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 Wer bist du? Äh... Kamala! Äh... Kamala! Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste! Okay! Ich verdien das! Ja verdammt richtig! Du verdienst es! Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce! Das war die Frage! Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaft... Es war ein Überfall, Bruce! Nein! Wir wurden reingelegt! Nein! Der Terigenreaktor war instabil! Und das wusstest du! Du wusstest es! Und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt! Und jetzt? Einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony! Wir haben versagt! Und ich gebe das wenigstens zu! Nein! Wir haben bei ihm versagt! Nur bei ihm! Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst! Und ehrlich gesagt ist es mir egal! Lass dir ruhig Zeit damit! Aber das Mädchen ist ein Inhuman! Es ist unsere Schuld! Und sie braucht deine Hilfe! Ich... ich kann nicht! Ich kann nicht! Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh hey! Nimm's nicht persönlich, Kleine! Nein! Er macht das immer so! Ist doch so! Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen! Das hier war ein Fehler! Endlich sind wir uns mal einig! Ich glaube, er rastet gleich aus! Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt! Cap wurde ermordet! Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich hab diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt! Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Taten kommt davon, als wäre er völlig unschuldig! Tja und dann? Rate mal, niemanden interessiert's! Niemanden! Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben! Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlag ich vor ihr verlasst meinen Grund und Boden! Was ist das? Beweise! Wehe, die sind nicht gut! Hab ein bisschen die Kontrolle verloren! Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein, 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 nein! Runter von meiner Couch! Denk an die Liste! Woher hast du das? Ich hab dein Passwort auf nem Resistance-Block geraten! Beeindruckend! Wohl kaum! Dein Passwort war, ich bin Iron Man! Wirklich? Hm, ich dachte ich hätt's geändert! Oh verdammte Scheiße! Ich weiß, es ist unvollständig! Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner! Nein, nein, hier ist mehr! Was? Ja, ziemlich clever! Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei! In ein paar Stunden habe ich den Rest! Was ist das? Wer ist, wer ist Tiny Dancer? Oh nein! Wir müssen hier verschwinden! Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus! Ich wär' nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre! Wirklich! Tiny Dancer! Leute, wir sollten echt gehen! Jetzt! Ich hätte Rocketman genommen! Okay! Ich muss mich anziehen! Du hast einen Anzug? Ja! Vielleicht irgendwie! Mal sehen! Entschuldigt! Ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an! Okay! Hey! Vielleicht ist Eugenio? Ja! Vielleicht ist dieser Tiny Dancer Captain America! Was ist Tiny? Kann ja sein! Ich mein' ja nur! Oh, da liegt ein Bein! Da sind meine Stiefel! Warte! Was war da unten? Aber ich dachte auch, das war eine Truhe! Ich auch! Ehrlich? Und gucken! So eine Kraft! Oh! Tja! Anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt! Müsste ihn jetzt machen! Oh! Tja! Sehr vorsichtig! Auf dem Tisch steht was glaube ich! Guck mal! Da, 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 da steht doch was! Da leuchtet doch was! Sie haben dich gefunden, Bruce! Hinter dir! Da, durch die Dings bestimmt! Schieß mal da rein! Ja? Ja! Da ist ein Bild! Hinter dir ist ein Bild da! Sag nichts Opa! Ich geb mein Bestes! Ey! Er hat dich bestimmt auch ausgewählt zu halten! Oh! 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 Das ist rechts! Wo? Da? Ah! 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 Ab in die Luft! Neue Partygäste! Oh, hey Leute! Sehr gut, da unten war noch was, ne? Ich kann nicht mehr rum, ich kann nicht mehr hier sein. Du kannst doch schweben! Ja, was ist denn? Da hinten kannst du doch runter! Oder nicht? Oh ne, kannst du nicht mehr! Ah, ich geh zurück, ich geh zurück, genau! Ja, er sucht seinen Helm. Links! Rechts, geh nochmal da rein! Nicht da, nicht da! Da in den Raum! Ich muss mich fertig anziehen! Zum Glück habe ich keine Nachbarn! Die wären jetzt echt sauer! Sie waren schon immer ein vollen großer Auftritt, Stark! Wie war meiner? Äh, das war ne 7 von 10! Schön, dich zu sehen, Georgie Boy! Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre! Hey! Für das Fenster wirst du bezahlend halten! Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiel! Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt! Rat mal, wozu du gehst! Ich will das Mädchen, Stark! Und dann gehst du mir aus den Augen! Äh, Mr. Stark! War ein Witz, Kleiner! Bleib einfach bei dem netten, grünen Mann! Oh! Bleib auf Distanz! Also, auf mich wird sie völlig gesund! Inhumans sind kein Glück! Und die Behandlung? Haha! Glaubt diesen Mist irgendjemand? Wie steuertaten diese Maschinen? Ich weiß nicht! Er hat seit dem Unfall Kräfte! Ich hab gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat! Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab! Wie sieht er dir? Gut gemacht, Kleine! Gut gemacht, Kleine! Ähm... Kamala! Also, es ist so sehr, wie wir sie sind. Wir wollen Aims! Wir wollen Aims! Sie haben seit unserem Kennenlernen auf mich herabgeblickt! Ich präsentiere Ihnen hiermit die Technogenese! Klingt gut! Geht leicht von der Zunge! Klingt gut! Und Geschwicht. Geht nicht, er kommt als Abdehler auf die Seite! Ha! Ha! Halt! Ja, mein Mann! Problem aus der Luft! Bleib nah beim Halt! So nah, wie er dich lässt! Nein, ich schaff' das! Pass auf! Moment! Du bist noch nicht bereit für... Oder... vielleicht doch. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammen zu sehen. Na ja, Bruce und ich hab' meine Pater am Beute! Ist toll! Klein, gelenkig, kann richtig gut Passwörter erraten! Du musst X nur gedrückt halten, Eugene, dann fliegt er. Wechsel! Achtung! Sie kennen Doktor Banners Aussagestag! Die Avengers waren gefährlich! Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen! Oh, was soll denn hier? Ist das alles für mich? Wie schmeichelhaft! Bilden Sie sich nichts ein! Ich habe kaum einen Finger gehörert! Dann hat sie keine Recht! Du kuschelst jetzt mit Robotern! Ah! Mann! Sie ergreifen Parteien im Kampf, die sie nicht verstehen! Ich habe mich vor fünf Jahren für eine Seite entschieden! Du hast mich dazu gezwungen! Geben Sie mir das Männchen! Dann können Sie und Banner machen, was Sie wollen! Vergesst es! Das wollte ich auch gerade sagen! Wir haben gewonnen! Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen! Warum jetzt damit anfangen? Warum guckt immer seinen Kopf an? Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser! Ihre Sündheits waren nutzlos! Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen! Vorsicht! Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er! Was? Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm! Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich! Ich sollte ihn loswerden! Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen! Er spielte mit meinem geliebten Hund David! Sie vergeuden meine Zeit! Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen? Könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen? Sind Sie endlich fertig? Ich war's! Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an! Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund! Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen! Auf! Mein Vater erschoss den Wolf! Aber es war zu spät! Darwin war zerrissen worden! George! Wir brauchen ihn! Er schreit! Er schreit! Er schreit! Er schreit! Entschuldigung! Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist! Gehen Sie! Bitte! Er schreit! Er schreit! Eugenio, ich glaube, das ist dieser Modok! Die Modok! Kennst du den nicht? Ja, Modok! Ja, dieser Kopf da! Ja! Das könnte sein! Der könnte das sein! Glaube ich! Ja, wirklich! Er war aber den Sitz, den er auch immer hat! Diese riesen Kopf! Und so als die Kabe! Und so als die Kabe! Triebwerke offline! Triebwerke offline! Klima! Also übel! Das ist eine korrekte Einschätzung! Okay, dieser Vogel muss in die Luft! Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist! Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen! Was? Alles klar! Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir! Versuch bitte diese Datei zu entschlüsseln! Sofort! Okay! Iron Man ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden! Geile Scheiße! Ich sollte mir mal die Initiator-Kerne im Hangar ansehen! Iron Man! Nächste Mission! Bist du dran auch hier? Was sagst du? Iron Man! Nächste Mission! Bist du dran! Mit extra Menschen! Jarvis! Papa ist wieder da! Du kannst die Kindersicherung am Tech-Labor entfernen! Verzeihung, Sir! Das habe ich buchstäblich nicht in der Hand, weil Master Bruce gerade neu verkabelt! Hm. Wo sollen wir hin? Ich habe auf jeden Fall nichts verstanden, was hier was gesagt hat. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey Tony! Du sollst mit Bruce arbeiten! Ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Da muss ich rein. Was muss ich machen? Bei Hulk rein. So, nein. Da braucht man nicht rein, oder? Hm. Da macht alle seine Figuren kaputt. Wie bei dem Film. Ich bin Phil Shelton und melde mich live. Bob? Papa? Ja? Moment! Hat das nicht vorher funktioniert? Ich lasse auch noch mal ein paar. Oha, das war so geil Anzüge. So, ausgerüstet. Oha, als in Kraft 6. Das kannst du boosten. Das nicht. Das hier. Ja, meinte ich ja. Nochmal. Das kannst du auch boosten. und da fehlen Teile das nicht haben wir ein bisschen verstärkt im Nuss richtiger Schieb er will seinen Mund nicht bewegen hol mal ein Drink er ist Bauchredner was? er ist Bauchredner bei Iron Man und Hulk in den letzten Jahren wir wissen alle was passiert wenn derart mächtige Wesen außerhalb des Gesetzes operieren und genau das tun sie jetzt wieder wir werden den Verlust weiterer amerikanischer Städte nicht riskieren Zitat Ende falls jemand weiß wo sich die früheren Avengers aufhalten soll er sofort ein AIM Call Center kontaktieren nichts Rafa da aber nimm den Strom kaputt ah du musst Strom heil machen ok Jarvis Zeitnahme 1,04 Sekunden Sir ich bin etwas eingerostet zum Haupthänger begeben um nach den Indikatorkernen zu suchen Papa was hast du gemacht? Jarvis Frage wo bewahren wir die Zündkerzen auf? die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks Sir Volltreffer bekomme ich jetzt einen Preis Sir den Rektor gekriegt ja guck da unten wir haben den Schlechten da nein da ja da aber da guck den kannst du abgüllen dann weiter den? ja guck den kannst du noch einmal abgüllen ich finde der ist besser als den den wir gerade haben zumindest weil wir den halt dann mehr verstärken können Papa ne? aber Fernkampf ist weniger ne der macht Plus ah ja ok alles klar der größten Preis von allem meine Zuneigung wie aufregend aber da ist Kiste Ecke gut hallo puh geile Sachen bekommen ah wir wieder was bekommen bekommen muss ne ist Papa da das ist so ach so ist eigentlich das gleiche denke ich ja gut ich weiß immer noch was wir machen müssen wir müssen diesen Reaktorkern da irgendwie suchen damit das Ding wieder fliegen kann hat er hat es hat er nicht gesagt unten irgendwo ja hier irgendwo in der Haupthalle also da irgendwo im Hangar das ist ja hier irgendwo wahrscheinlich da hinten wo es leuchtet oder mach mal diese Schellkreis nach oben oder so ja sag ich doch oh da ist noch was Papa es ist Hacker es hat was gebracht ja oder Papa was ich weiß aber ich würde sagen wir beenden die Folge jetzt nochmal ja ich bedanke mich fürs zugucken ich auch lass ein Like und ein Abo da bleibt gesund bleibt gesund weil ich auch gerade war seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bis dahin ciao 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 ciao